hallo meine lieben hier ist der opa mario der alte sack von holst und tv und ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen folge von transport fieber 2 ich weiß ich brauchte eierkopf als wir die es Das ist kein Problem, noch bist du auf deiner Strecke alleine. Auch wenn der Freund wieder kommt zum Stören. Ahem. Ahem. Das ist ein Mittelgleis. Das ist ein Verrückter. 3,46. Da ist er komplett leer. Also rein theoretisch scheinen sie doch jedoch nüt plus zu machen. Das ist neu. Treibstoff. Oh. 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 Steuern. Müssen wir ein paar. Müssen wir etwas. Etwas aus den dünnen. Ne? Erst was ausbringen. So. 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 Okay. So. Aber meine beiden Problemen, die Kumpels hier treten sich hoffentlich nicht mehr. So ist das schön. So gefällt mir das. So, ich werde langsam. Was haben wir noch? Bretter, Hippokausal. So. 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 Ah, mal sehen, wenn alles verfügbar ist. Ein bretter, bretter Zug. Der holt dir von hier. Wie sieht es denn aus? 26, das ist natürlich nicht viel, oder. Oder? Ja, ich habe das Spurziert. Da kommt ja noch einer, ich glaube der Steinzug, ne? Ja, da hast du ja nicht viel drin, hä? Ach so, du kommst vom Lehrmachen mit. Hier, 91 Steine. Ist auch nicht die Masse. Man kriegt mir nur noch Steine her. Wieder den Fuß gestoßen, leck mich am Arsch, ey. Ich weiß nicht, wie oft sie schon. Hier sind noch Steine. Ist natürlich ein Stück hier weg, ne? Was ist das? Ach, der hört auf. Der hört auf, der geht noch gar nicht weiter. Steine. Steine. Die, die Steine. Nö. Die Steine müssen ja noch dahinter. Die müssen ja noch dahin. Steine. Steine. Hm. Das war's. Ja. Ich habe noch etwas entdeckt, ich muss zum Beispiel das Jujus mal so eine Mitfahrt machen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Da ist noch ein Wechsel drin. Gut, ein Wechsel funktioniert zum Glück. Da habe ich doch noch Fondsignale. So. Gut, die habe ich wirklich schon getauscht. Die Seite war fertig. Gut, das ist doch mal. Gut. 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 Theoretik. Es waren jetzt weniger. Es waren ja weniger S-Bahnen jetzt, äh Straßenbahnen jetzt. Nachdem ich welche raus verkaufte Ölsen. Boah. Was ist das? Ich meine, so sieht ja nicht schlecht aus, ne? Nur Fußgänger möchte ich hier nicht sein. Auf die Seite. Auf die Seite. Auf die Seite. Es ist so vorbei, wir sind ja so lang. Auf die Seite. Auf die Seite. Auf die Seite.